hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge city skylines turnable wir haben hier immer noch zwei oder drei verkehrsproblemchen obwohl wir hier diese wunderbaren auffahrten gebaut haben um den verkehr nach fahrradhoft besser zu leiten aber hier fehlen immer noch konsumgüter hier ist ein bisschen müll das nicht abgeholt wurde was ist hier nicht genügend kunden jetzt fehlen uns auch noch leute wir haben hier zwei bedarfsbalken noch was wir auch brauchen ist noch verschiedene industriegebiete also hier könnten wir ein kleines reinmachen vielleicht und hier oben ist nichts aber hier unten südlich vom vom waldcampingplatz könnten wir hier noch so ein forstwirtschaftsgebiet reinmachen vielleicht ich meine das wird vielleicht ein bisschen bisschen zu groß mal gucken wo wir unsere rohstoffe haben hier so also das ist das ist metallerz und hier ist öl das könnten wir dann hätten wir die beiden zumindest schon mal vielleicht könnten wir da auch ein paar fabriken bauen aber ich glaube wir fangen mit forstwirtschaft an das ist auch am umweltfreundlichsten so und was ich dann auch ich habe die zeit genutzt in der zwischenzeit mir ein paar marktplätze zu machen weil das was man hier so bekommt also das hier ist schon der beste marktplatz hier im spiel momentan ich weiß gar nicht ob das hier ein mod aus dem workshop ist oder ob der irgendwie schon dabei war ganz nett aber wie gesagt sieht ein bisschen also normalerweise ist es immer komplett dass das kernstück einer stadt so ein marktplatz und das ist hier irgendwie nicht gegeben also wollen wir mal hier anfangen diese stadtweite zu erweitern damit wir hier ein bisschen ein bisschen mehr leute haben und dann können wir hier auch die bahnstation mit der stadt verbinden oh ist hier schon hier dann brauchen wir da eigentlich nicht dass es reicht dann vielleicht auf dieser seite eher vielleicht können wir den einfach nach unten abschließen dann so das sollte reichen dann hatte ich überlegt die bahnlinien sind alle relativ voll also wie wäre es wenn ich eine bahnstation lasse das ist am besten die hier in fahrerthoft wo die wo die wo die touristen ankommen sollen und die anderen personenbahnstationen lösche ich und mache stattdessen u-bahnstationen oder irgendwas anderes vielleicht oben an der küste könnte man fähren machen zum beispiel fähreservice ist ja auch eine idee das würde dann die 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 bahnlinien entlasten wenn weniger wenn weniger personenlinien unterwegs sind hier und weniger bahnhöfe angefahren werden müssen dann machen wir nur noch die güter über über die bahnlinien oder mal jetzt baue ich das schon voll ich wollte doch hier einen marktplatz hinhauen so schauen wir mal was können wir denn da so also ich habe hier einmal diesen modularen der ist vielleicht ein bisschen groß jetzt den alten exerzierplatz der passt hier rein das ist so so städten wie flensburg nachempfunden und kiel wo die exerzierplätze dann quasi in mehrzweck plätze wo dann der jahrmarkt kommt oder andere märkte passieren wie fing der satz an ich weiß nicht wie ich den satz zu ende bringen soll aber macht nichts so er ist ein bisschen asymmetrisch aber das ist nun mal das was passiert hier wir haben jede menge parkplätze da dran hier wird ein bisschen gebaut ist komplett asymmetrisch sieht ein bisschen kröglich aus vielleicht muss ich den noch mal überarbeiten aber gut das ist der halt so dann packen wir da am besten zwei oder drei gebäude hin hier sind weitere plätze haben wir noch denkmäler hier hier so eine kleine kirche können wir noch mit mitten in der stadt ja eigentlich eigentlich passt das ganz gut so 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 und hier müssen wir dann ja die die dichten wohngebiete hin tun damit wir damit wir auch irgendwann ein bisschen mehr einwohner haben um zum beispiel urlaub zu machen dahinten so das wird aber nicht reichen um die balken balken kleiner zu machen dann können wir glaube ich hier schon mal anfangen weil wenn wir das nicht machen dann passiert das nie unser forstgebiet zu bauen so so können wir hier unten vielleicht erweitern für die für die anderen gebäude wenn wir hier mal rüber wenn wir hier mal rüber so müssen wir von der seite anfangen das geht nicht anders machen wir mal unten an die straße So, da machen wir am besten gleich die große Industriestraße, wie in dem anderen Gebiet, damit wir gar nicht erst Verkehrsprobleme bekommen hier. So, das schließen wir mal da so an. Und Wasser brauchen die auch. Gut. Nehmen wir hier die kleinen. Warum wird mir das Gebiet immer noch angezeigt hier? Das soll mir nicht angezeigt werden. Kann ich doch die Straßen gar nicht sehen. So. Hm. Mir passt da so gar nicht hin, ne? Oh. So, jetzt passt da doch einer hin. Das ist die richtige Richtung. Und dann machen wir da noch eine zweite Reihe. So. Okay. Dann brauchen wir die Sägewerke. Säge-Mühle. Ja. Und. So. Das muss dann erstmal reichen. So. Und da haben wir ja einen von diesen Personenbahnhöfen, ne? Okay. Okay. Machen wir U-Bahn. Ist zwar nicht sehr stilecht, aber machen wir das mal so. Gucken wir mal, wo unsere, hier haben wir einen Personenbahnhof bei der Uni. Der ist hier hinten, ne? Ja. Naja. Naja. Ich meine gut. Bevor dann hier vorne Leute, wie sagt man, grault. Brauchen wir die mal hier hin. So. Die drei haben wir. Brauchen wir hier oben noch was? Hm. Hm. Vielleicht. Hier. Ah. Das ist, das ist zu sehr im Wohngebiet drin. Nein. Wollen wir nicht. Hier können wir einen hinbauen. Wo der Bahnhof ist. Und das ist aber, das ist kein Personenbahnhof, ne? Der Bahnhof muss da bleiben. Aber das ist ein Personenbahnhof. Am Eisenbahnmuseum. Oh, wow. Guckt euch die an. Bauen wir hier mal einen hin. Hier fahren ganz schön viele, ganz schön viele Busse durch die Gegend. Oh, hier könnte man vielleicht auch noch einen hinbauen. Gefällezustall für den U-Bahnhof. Hier vielleicht. Ne, die sind nicht weit genug auseinander. Hier oben. Oh, da. Okay. Und dann natürlich hier haben wir einen Güterbahnhof. Aber hier zum Beispiel haben wir einen Personenbahnhof. Und hier auch. So, dann müssen wir die nur noch irgendwie verbinden. Und dann können wir die anderen Bahnhöfe löschen. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. So. Das ist auch einer, okay. Wie machen wir das am besten? Hier rund? Nein, das ist kein Bahnhof, das ist ein Tunnel. Aber das hier ist ein Bahnhof. Gehen wir hier hin, dann da hin, dann da hin. Wow. So. Cool. so geht es hier noch weiter, hier ist noch einer okay da könnten wir zwei Linien machen, die einander entgegenfahren quasi, dann hätten wir dann hätten wir quasi das ganze Gebiet miteinander verbunden so, wollen wir gucken wollen wir gucken so, eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht die geht hier ab neun zack, das war Linie Nummer eins, dann jetzt machen wir Linie Nummer zwei eins zwei drei vier vier fünf sechs, sieben, acht, sechs, sieben, acht und Schulz. So, die beiden Linien führen jetzt quasi auf der gleichen Strecke einander entgegen. Und das bedeutet, wir können hier diesen Bahnhof getrost abreißen. Und was wir zuerst machen ist, wir gucken mal, wie viele Fahrgäste wir haben. Wir haben 100, 280 und 260. Das sind 540. 540. Ungefähr 540 Fahrgäste haben wir hier. So, zack. So, jetzt haben wir die Regionalbahn, die haben wir jetzt schon mal entfernt. Und diese beiden U-Bahn Linien, fünf Fahrzeuge haben wir da irgendwelche? Ne, da haben wir nur die beiden. Vorgegebenen. Da fahren noch nicht so viele Leute mit. Okay. So, ich weiß jetzt nicht, was die ganzen Parkplätze hier noch. Oh je. Zack. So, wo ist der nächste? Hier war noch ein Bahnhof. Ich meine, der liegt eigentlich relativ zentral. Der kann hier bleiben, finde ich. Aber den an der Uni, den nehmen wir jetzt raus. So, und. Oh. Den müssen wir eigentlich auch hier lassen, weil das das Tourismusgebiet ist. Aber ich hoffe, wir haben damit die Gleise etwas leergefegt hier. Das ist übrigens sehr hässlich. Da ist immer noch ein bisschen was los. So, was ist mit dem Bahnhof hier? Der ist ja auch immer noch da. Der kann er auch bitte komplett weg. So, und diese Straßen, beziehungsweise diese Gleise hier, die brauchen wir auch nicht wirklich. Ich meine, wir könnten hier, wir könnten hier theoretisch noch, äh, wir könnten theoretisch hier noch Güterbahnhof hinhauen. Aber das ist nicht wirklich notwendig, ähm, was wir hier machen können, ist, wir können hier nochmal, ähm, kleines Gewerbe, ne, kleines, äh, Industriegebiet hinpacken. Und, äh, zack, hier, wenn wir schon, äh, ein Minus haben an den, äh, Gewerbegebieten können wir hier dann auch noch eins hinbauen. So, dann weiter zu unserem ehemaligen Exerzierplatz hier. So, schauen wir mal. Machen wir hier weiter Wohngebiete? Müssen wir eigentlich, ne? Was soll da sonst denn? So, gut, fehlt hier noch irgendwas. Schauen wir mal, habe ich hier Schulen schon? Hier oben ist eine Grundschule. Und das hier ist eine Highschool, oder? Ja, Tatsache. Also das haben wir da schon. Gut, dann gucken wir mal bei Medizin, ob wir da nicht noch irgendwas haben, was hier fehlt. Wir haben noch kein Altenheim und Kinderheim, äh, Kinder, Kinderklinik hier. Zack, Kinderklinik. Altenheim, können wir hier mal die Gesundheitsgegend machen. Hier bauen wir eine Sauna hin. Turnhalle. Äh, Schwimmbad. Meintwegen den Yoga-Park. So, und jetzt müssen wir das alles irgendwie mit Straßen so verkleiden, dass das aussieht, als würde das Sinn machen. So, gut. So, ich frage mich, wenn wir diese Holzprodukte jetzt haben, ob uns das hilft, bei den Gütern, die überall fehlen. So, okay, hier können wir auch noch. So, und dann brauchen wir natürlich noch ein Krematorium irgendwie. Ähm, nehmen wir mal das hier. So, das sollte reichen und dann haben wir hier wunderbares neues Wohngebiet, das wir im Prinzip auch noch irgendwie nennen müssen. Es sei denn, das ist nur ein Ausbau von Goldebec ist das, okay. So, sehr schön. So, schauen wir mal, wie das hier jetzt aussieht mit den Produkten. Fehlen immer noch ein bisschen welche, aber nicht genügend Kunden. Dafür haben wir hier jetzt ja ja, bediente Passagiere letzte Woche 327. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Die hier fährt auch noch bediente Passagiere letzte Woche 16. Wow, das lohnt den Zug ja gar nicht. Das lohnt den Zug gar nicht, aber es gibt auch keine Strecke mehr. Das sind nur die, die von außen kommen dann. Ich finde, das sieht schon gar nicht so schlecht aus und okay, das ist immer noch ein bisschen nadelöhrig hier. Da habe ich auch eine Idee, ob das hilft, weiß ich nicht. Aber wir machen das ganz einfach mal. Oh, hier. Zack, 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 zack. Oh, bauen wir hier ein paar Raststätten. Mal gucken, ob das was bringt. Oh, wow, was war das denn? Will nicht so richtig einer hin. Okay. Was wir auch mal machen müssen, ist dann, damit haben wir jetzt nur so. Also, ich meine, der Verkehr fließt ja wenigstens noch. Insofern ist das nicht, nicht eigentlich, eigentlich kein so ein schlimmer Stau. Okay. Okay. Jetzt auch noch ein paar Warnmeldungen, aber hier sieht das eigentlich mittlerweile ziemlich gut aus. Nicht genügend Verkaufswaren haben wir hier auch immer noch. Also sollten wir vielleicht hier ein kleines Gebiet noch reinmachen. Was sind hier für Rohstoffe? Hier unten ist Öl. Okay. Könnten wir hier so ein kleines Ölgebiet reinmachen. Wenn es denn sein muss. Das ist dann aber wirklich nur sehr klein. So. Okay. Versuchen wir das. Hoffentlich geht den Leuten beim Campus dann nicht die die gute Luft aus, wenn ich hier Ölindustrie inbau. So. Kleine Ölpumpe, Ölschlamm, Pyrolyseanlage und kleines Rohöltanklager. Okay. Ja. 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 So bauen wir hier mal auch wieder so eine Industriestraße rein. Und da bauen wir dann auf die eine Seite Ölpumpen. Und da bauen wir dann auf die eine Seite Ölpumpen. Und hier haben wir zwei davon, so. Und hier haben wir zwei davon, so. Solarkraftwerk, dann können wir hier gleich da unser anderes Gebiet hier anschließen. noch sehen wir mal eben noch in die öffentlichen Nahverkehrsstatistiken reingucken. zu unserer, ist das die U-Bahn, das ist die U-Bahn, wow, das ist 458, 473, das sind 900 Fahrgäste pro Woche, das ist deutlich mehr als mit der Bahn gefahren sind. Und also haben wir nicht nur die Schienen entlastet, sondern tatsächlich sogar noch Leute von den Straßen geholt. Potzblitz. Und hier kam letzte Woche 18 an. Also eigentlich brauchen wir den Bahnhof auch nicht wirklich. Super, die laufen hier über den Platz, sehr schön. Ja, soviel dazu, würde ich sagen, speichere ich mal wieder ab und das nächste Mal gucken wir. Ob wir diese restlichen Fehlermeldungen noch irgendwie in den Griff kriegen. Mal schauen, wie flüssig unser Verkehr ist. 64 Prozent, das ist auch noch verbesserungswürdig. Hier zum Beispiel sollte vielleicht ein Kreisverkehr hin oder so, ich weiß nicht, weil das sieht nicht gut aus. Das sind alles Lastwagen scheinbar. Okay, gucken wir beim nächsten Mal. Okay, dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, bitte in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch gerne und subscriben könnt ihr sowieso, weil 274 Prozent der Leute, die meine Videos gucken, den nicht subscriben, den Kanal. Und das ist merkwürdig. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.